Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Frank Marcia von der N.Punkto GmbH. Die N.Punkto entwickelt Zusatzprodukte für das SAP im Bereich Dokumentenmanagement und im Bereich Enterprise Content Management. Dabei handelt es sich um schlanke Lösungen, wie zum Beispiel Scan-Integration, also wie Dokumente in das System hineinkommen, Office-Integration, wie wir zum Beispiel auch bidirektional mit dem Microsoft Office kommunizieren, dass wir also auch von Office aus zurück in die SAP-Welt gewisse Werte wieder zurückschreiben können, dort Prozeduren auslösen können. Das geht weiterhin zu Workflow-Themen, zum digitalen Posteingang, das geht in Richtung E-Akte, in Richtung Archivierung. Das heißt, das gesamte Thema ECM ist bei uns zusammengefasst in additionalen Produkten in der Business Suite von N.Punkto. Es gibt jetzt eine Tutorial-Reihe, wo wir unterschiedlichste Lösungen mit diesen Produkten natürlich dann realisiert haben. Das gliedert sich auf in vier große Themenbereiche. Zunächst einmal rund um das Thema Archivierung. Alles, was wir da mit SAP-Daten und Dokumenten zu tun haben, werden wir also in diesem Bereich, in dieser Tutorial-Reihe dann Ihnen näher bringen. Der zweite Bereich, das sind die E-Akten. Das heißt, Personalakten, Vertragsakten, Lieferantenakten, das alles ist zusammengefasst in dieser weiteren Tutorial-Reihe. Dann geht es zur Dokumentenerfassung, wie zum Beispiel jetzt Scan-Prozeduren oder Office-Themen, was wir hier drin abbilden, bis hin letzten Endes zur Prozessdarstellung in SAP, Freigabe-Themen mit Rechnungsverarbeitung, mit Lieferscheinbearbeitung. Die ganz unterschiedlichsten Purchase-to-Pay-Prozeduren werden hier dementsprechend Ihnen nähergebracht. Falls Ihnen dort etwas fehlen sollte, bitte geben Sie über einen Kommentar uns Bescheid, sodass wir dieses Tutorial für Sie natürlich dementsprechend kurzfristig nachliefern. Steigen Sie ein in diese Thematik, verschaffen Sie sich einen Überblick, bitten Sie diejenigen Themen, die für Sie interessant sind, heraus und verschaffen Sie sich einen Eindruck, wie eine Lösung für Sie in Ihrem Unternehmen aussehen könnte. Vielen Dank.